Hey, 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 what the fuck? Ich bin weg, ich bin weg. Ich hab doch den Move gemacht! Was hat der von... Ey, der kann doch gar nicht so schnell realisieren, dass ich den Move mach! Was ist eigentlich mit diesem Smile Nightmare los? Das war Realtalk. Wieso kann der was? Was soll das? Servus, guys, and welcome back to another video of Spattern 2 Online, Part 25. Er weg, äh, Spalter, YouTube. Wir, äh, zocken, ähm, Musikhäuse, wir na, äh, genau wie beim letzten Part aufgehört. Mal schauen, ob Spatter... Bock hat auf sein Leben. Okay, er hat, er hat Suizid begonnen, Leute. Er hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Er hat immer noch ein bisschen Probleme mit seiner Switch und mit seinem Discord. Das ist, das ist, das schmeckt doch. Direkt mal Suizid beginnen, das ist, das ist ne gute Lösung. Ich überhaupt anfangen, Muscheln zu sammeln, jetzt mal seriously. Naja, das ist neunzig nicht, so kuschiert ich ihn, Leute. Ich meine, ich habe trotzdem weiter Liga-Kampf, damit ich einfach nur irgendwas zum zeigen habe, Leute. Ich meine, die letzte Folge war geil, aber... Ja. Ich habe nicht so gegeneinander gewinnen, also, noch lebt es besser, auch wenn er gerade tot ist, aber noch lebt er. Ich habe eine Supermuschel in der Nähe des Korps verbrachtet. Du bist. Ja, man. Ich bin weiter durchgestoßen, als ihr alle zusammen in eurem Leben. Oh. Da holt er raus. Ah, und jetzt... Klar, jetzt klatsch ich in eine ganz andere Richtung und tötet mich, Arschloch. Also, ich habe bis jetzt noch nichts gerackt. Das war in der letzten Folge. Letzte Folge war es geil. Diese Folge ist scheiße. Du, ich habe einen Kill gemacht bisher. Das war jetzt auch noch... Nix. Das war auch noch nix. Du hast überhaupt schon einen Kill gemacht. Ah, fühlt mich in der Luft, ist okay, du Baster. Was ist denn mit dem, Alter? Was hat der von AIM? Was ist denn mit dem? Was hat der von Profi-Klecks da AIM? WTF? Soll nicht. Jetzt wirft er auch noch rein, gell? Genau. Jetzt sind wir auch schon noch bei 50. Ist voll okay. Schwer, P-Kill! So geht das Spiel, Alter! Ah, ich wollte töten, aber... Bevor die noch weiter reinwerfen, Alter. Aber ich glaube, das haben wir auf jeden Fall verloren. Die BS-Typen sind zu OP. Und der Klecks-Roller ist gegen mich immer zu OP, weil ich stopp nach jedem Roller-Dinger. Wenn ich Roller benutze, ich juckt dann überhaupt kein Gegner. Ich hab keine Chance hier. Leute, der lebt noch. Der schon zwei Minuten überlebt, Alter. Das darf eigentlich Sanze! Ja, und, aber du lebst schon. Du lebst schon immer noch. Das ist... Ach, schön. Das bringt mir nichts, wenn ich nichts beitrag. Das ist genauso, als wäre ich weg. Alter, jetzt raschen sie aber aus. Was? Können wir mich treffen? What? Das ist weh. Stopp, Ficker! Mit keinem meiner Raketen juckt. Ficker! Hab ihn! Kill ihn! Alter! Double kill! Nice! Ich hab keine Zehnze! Juck ihn weg! Was war das von der Tonbien? Der ist da! Das, das, das... Alter, leider, du hast gar nicht lange überlebt. Arschloch! Mach nicht an so'n Lauf! Das glaub ich dir. Das war uncool jetzt gerade von dem. Das war uncool? Der war gemein zu mir! Oh nein! Muss man's jetzt melden? Ah! Bei Nintendo? Ich hab grad einen mit meinen Raketen markiert und genau den gekillt. Schade, kein Triple kill. Aber fast, aber fast, Leute. Fast. Fast ist auch. Guck mal, jetzt sind alle Gegner tot. Jetzt sind alle Gegner tot. Ihr müsst Muscheln sammeln. Das war's noch schön, wenn's besser. Bruder. Jawoll, zieh! Ich warte, ich bin doch weggerollt. Der kann mich doch gar nicht so schnell killen. Ey! Der ist eine Klecksrolle, Alter. Ein solcher Hecks. Und ich will da gar nicht mehr wieder reingehen. Da! Der zackt mich so ab. Die Tiger, Alter. Was ich mit dir? Blöder. 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 HS. Ja, genau. Vom Maul halt nicht. Ich hab grad ein paar Muscheln in den gegnerischen Korb geworfen. Das bringt halt nix, ne? Ja, das bringt echt nix, ne? Ja, ne. In der Erste. Da war doch das Symbol, dass ich hitten kann! Warum hat er da nicht gehetet? Ja, komm, mach einfach wen, ist doch kein Problem. Als ob wir nicht da wären. Aber Spellert hat mal überlebt, das ganze Match über. Bis jetzt. Ah, sag das nicht so laut. Wir haben eben noch 30 Sekunden. Trotzdem. Ich kann immer noch disconnect. Ah, du mich auch, Alter. Wo hat ich denn richtig, was ich da bin? Fixer. FSK 18, Leute. Scheiße. Ist voll dumm. Mass Community-Richtlinien. Scheiße, was? 9, 8, 7. Leute, das wird aber ein ganzes Match dabei lassen. Auf mal dafür ein Like da. Das ist gar nicht so krank. Ist schon eine krasse Leistung, Leute. Kriegt ihr noch? Kriegt noch einen? Leute, ich habe eine Muschel. Es ist so lange Verlängerung, wie ich die Muschel habe. Dann danke für dieses Gespräch. Ja, schade war es. Schade war es. Wir haben noch eine... Was? Ich wollte doch gerade sagen. Ich habe gedacht, so lange Verlängerung, wie die Muscheln da sind. Ja, ist doch lame. So minimal vom Korb. Ich hätte werfen müssen. Oh, ist doch lame. Ah, ist Arschlame. Hast du schon recht. Aber die hätte eh... Die wäre eh beendet worden, die Runde. Ich habe eine Runde überlebt. Guck mal, wie fair aufgeteilt. Schmeckt. Aber du hast 10 Kis. Alter, da du bist. Ja, man. Das ist ein neuerer Gott. Leide, Belmuth Academy, we turn again, oh yeah. Oh, wir sind hellblau. Oh, wir sind hellblau. Oh mein Gott. Ja, die Tiger am Gegner-Team, Leute. Ich kann gleich wieder stehen bleiben und bohren. Ich würde gar keinen Bock mehr drauf, wenn die so eine hohe Power haben. Ich weiß nicht, warum. Wir haben gerade verloren. Wieso können wir so hohe Gegner haben? Was soll das? Ist doch ein Witz. Ist doch ein hoher Betrug. Auf jeden Fall zorge ich jetzt mit dem Quasto, weil ich glaube, ich wollte nicht zwei einmal in einem gleichen Part die gleiche Waffe spielen. Yes. Oh, da kommt einer. Alter. Natürlich, slide für mich. Ja, ja, ist okay. Ich war schon längst weg, aber okay. Ich bin eins der LabGG. Oh, du. LOL. Still alive. Nein, du gehst weg. I'm so excited. Wie ihr denkt, er kann mich snipen? I'm so excited. And I just can't hide. Oh, aber die Mett, die ist im Muschelchaos arschgeil, ne? Leute, ich push doch nicht. Das ist im Muschelchaos arschgeil. Das muss man ja lassen. Der Quasto ist geil. Man kann da richtig gut abholen mit. Ach, ich habe ja auch Klecksbomben. Ich lauch. Okay, ich komme. Ich laufe es nur Luigi. Ha, ich habe getroffen. Alter, Leute. Der Quasto ist die Muschelchaos-Waffe, alter. Fackt. Ich will doch... Ich will gerade erdrücken. Scheiß Deep Tiger, alter. Der fackt mich so ab. Okay. Alles klar. Ich werde ruhig weiterwerfen. Kein Problem. Ach, wir haben Draco und Malfoy hier drin. Im Team. Ich lebe immer noch. So schnell realisieren, dass ich den Move mache. Ich kann schon wieder heulen. Ich kann schon wieder heulen. Es ist so lächerlich. Am Anfang sind bei mir nie irgendwas cooles. Ah, Tobi, chill. Wir führen. Da, Tobi. Der ist nicht gestorben. Der die Teuge... Ich muss mit dich. Tobi. Ich habe den getroffen und der war lau... Tobi, Defense. Defense. Sehr schön. Ja. Instant tot. Instant tot. Instant, als ob ich ein Blastit bekomme. Ja. Und jetzt werfen sie noch ein Ding rein. Jetzt werfen sie noch ein Ding rein. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Genau. Haben sie ja nicht schon genug gehackt. Haben wir nicht schon genug gehackt. Reiß das mit euch. Der kann doch gar nicht so sehr gut. Der kann doch nicht so gut. Die mit zwei Punkten. Die haben alle Aimbot. Die haben alle Aimbot. Das kann doch nicht sein. Drecksnoops. Ich schwitze mit dem Quast, du, wie ich will. Du bist nicht. Den Weihel, Tobi. Ne. Da. Instant tot. Ich habe ihn nur ein bisschen schwächer machen können. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich aufgeteilt. Was sollen wir auch gegen 2000 da machen? Die Tiger Stubb jetzt. Ich will ein Edit mit einem Wookie machen, danke. Ich will ein Edit mit einem Wookie. Ah, ja. Beim Schrei gerade. Das klang wie ein Wookie. Ah, ja. Ohne Scheiß. Bitte, Angelo oder so. Please. Okay. Ja klar. Und die Tiger, der letzte erlebt, hat mich jetzt wieder aufgehalten. Wir hätten jetzt easy pushen können und easy Führung gehen können. Ich hatte doch eine Supermuschel. Wo war die Supermuschel? Du hast die weggegeben. Ah, okay. Der Lilian, der hat mich wieder gesniped. Ja, sicherlich. Sonst hätte ich jetzt easy reingeworfen. Ich habe eine Supermuschel. Mach mal einen Splash und die Supermuschel ist weg. Ja, richtig. Schon klar. Wahrscheinlich bleibt die. Ja, aber... Die geht schon immer weg nach einem Splashdown. Ja, ich weiß, aber sie lag auch nirgends rum. Sie war einfach weg. Äh. Läuft. Bootach. Hureson. Hureson. Was ist eigentlich mit diesem Smile Night Paul los? Jetzt ist mal Real Talk. Wieso kann der was? Was soll das? Der trifft auch alles gegen mich, ne? Alter. Der ist ein elendiger Sohn. Letzter Part nur gewonnen. Diesen Part nur im Ragen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme nicht hoch, Alter. Nein. Nein. Eine Muschel, wir hatten gewonnen. Ich hasse Deep Tiger so. Der Kipp. Alter. Ich würde so viele Beleidigungen droppen. Das kann ich mal machen. Ich hasse diesen Konzentrator. Ja, und der Deep Tiger. Es gab selten einen Konzentrator, den ich so sehr gehasst habe wie diesen. Ohne Scheiß. Ja, der hackt. Der hackt nicht. Der ist einfach nur verdammt gut. Zu gut. Das ist mein Problem. Ich hätte gerade eine Super Muschel gehabt, der die eine Sekunde länger überlebt. Also kurz vorab zieh. Ist okay. Ist okay. Nein, ist kein Problem. Ist schon nice. Die Deep Tiger und... Ich werde auch nur Stufe 93 haben. Wenn Deep Tiger jetzt nicht sofort in unserem Team ist, dann lasse ich diesen Raum. Nie wieder zurück. Okay, tschüss Tobi. Yay. Tobi, du musst jetzt gehen und nicht wiederkommen. Bin so motiviert. Auf dieser Runde. Hab schon wieder Sobock. Schon wieder Sobock. Schon wieder Sobock. Da. Alles Rumhüpfer. Alles Spinner. Nein, Deep Tiger. Ich hasse dich. Nein. Tintenwerfer. Ich hasse es, gegen Tintenwerfer zu spielen. Nimm deine Tablette. Die sollte ich nehmen. Alles klar. Alpha Lenk hat noch mehr. Hoffentlich kriegst du die C, Alter. Hoffentlich. Ja, ist fair. Du Tiger, du Arschloch. Ich weiß nicht, wie du die Folge nennen kannst. Ja, Deep Tiger. Das ist die Bumme. Hast du nicht gesehen, ne? Die Bumme hast du nicht gesehen. Was soll ich überhaupt sagen? Ich komme gleich auch mal mit dem Klecksroller. Ja, und dann schlage ich dir deine hässliche Fresse ein. Das würde ich auch sagen. Da. Wie er abhaut. Wie er abhaut. Ja, ist klar. Du, ich schwörst dir, ich schlag dich zusammen. Die lassen sich nie umbringen. Stopp! Ja, geht dann. Niemand stoppt. Niemand. Warum auch? Warum auch? Hä, Tintenschock. Was ist das? Ne, die schockt uns nicht. Das bringt doch eh nichts. Das ist ein Splashdown. Das juckt nicht. Ja, ich auch. Aber wir beide haben einen Splashdown gemacht. Das hat die beide. Ah, ja, okay. Und ich sterbe nach 30 Meter Entfernung von so einem Dinger. Wieder haut er ab. Wieder ist er lame. Alter, wo ist der denn jetzt hin? Der ist doch da vorne geschwommen, Alter. Was ist das von der Folge? Mehr auf. Hallo. Schnaubleiben. Was? Let er ruhig. Mann. Leck mich doch am Arsch. Verreg, halt! Hä? What? 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 Egal. Er tötet mich in der Luft. Er tötet mich in der Luft. Der Konzentrator tötet mich in der Luft. Wenn ich gerade einen Splashdown mache. Der Splashdown ist nichts mehr wert. Der Splashdown ist nichts mehr wert. Oh. Oh. Oh mein Gott. Alle Gegner sind tot. Ich habe reingeworfen. Ich habe reingeworfen. Sag gar nichts mehr. Sag gar nichts mehr. Zu diesem, zu diesem, zu diesem Sniper und zu diesem, all den hohen Sälen. Weil ich bin der ab sofort Solo, Alter. Tobi zeigt, Tobi hat nur noch ein Scan-Fail. Das mach mal, Blöd. Das hier. Ich habe die Tiger getötet. Ne, ich auch schon zweimal. Die sind überall, diese Gegner. Und die treffen alles. Und ich habe mit diesem Scheiß-Quast einfach keine Reichweite. Oh, ist der sich gerade abpacken. Ich bin eben gerade weggesprungen. Ne, ist die Gefähre. Hattet mich auch. Was ist denn mit diesem Strahler? Er weiß genau, wo ich hingehe. Ich kann mit dem Quasto rennen, wie ich will. Das juckt nicht. Ich kann wie ich... Hm, juckt nicht. Warum auch so? Das ist leckend. Damn, Renegade. Scheiß, kein Bock mehr auf diese Leute. Verpiss dich, hier. Leckend. Das ist aber total egal. Tschüss. Ja, wie gesagt, ich weiß, das wird jetzt nicht so gut sein. Das ist gereach-quittet. Gut, dann, ähm, ja. War's das, geh. Ja. Das, das, nee. Das ist das Schmitzertritt. Das ist das Schmitzertritt.